Herzlich Willkommen zu einem neuen Star Stable Let's Play von mir, natürlich Cara Darkrat. Ich führe euch jetzt durch Gans, Jorvik und durch die ganzen Questen. Ich wünsche euch damit viel Spaß und jetzt suchen wir uns erstmal die Spielfigur aus. Ich mache es natürlich gezielt, ich hatte es vorhin schon gemacht, aber da hatte ich gerade Probleme. So, lass mal so. So, lass mal so. So, lass mal so. Das ist schon vorgehen. Das ist auch schon vorgehen. Okay, das machen wir mal. So, lass mal so. So, lass mal so. Vielen Dank. Vielen Dank.